Hallo, herzlich willkommen bei der Firma SRL AG. Mein Name ist Thomas Koch und ich bin stolz, ein Teil vom SRL-Team zu sein und das bereits seit über 28 Jahren. 1989 gründeten die Herren Ottmar Seelmann, Winfried Hering und Johannes Lehr die Firma SRL. Unser Firmensitz ist in Böttingen, im Landkreis Tuttlingen im Südwesten Deutschlands. Wir sind zudem weltweit zu Hause. Das leben wir auch mit bzw. durch unsere Tochtergesellschaften in der USA und in China. Unsere Mitarbeiter zahlen derzeit aktuell ca. 100, unsere Fertigungsfläche ca. 6.000 Quadratmeter. Unser Leitmotor die perfekte Oberfläche und das seit 1989. Unsere Kernkompetenz Anlagenbau für automatisiertes Schleifen, Polieren, Entgraden. Wir bieten automatisierte Lösungen für die Automotive, Küche, Bad, Medizin und General Industrie. Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann lade ich Sie herzlich zum Besuch unserer Homepage ein. www.sal.ag Oder besuchen Sie uns auf der Fachmesse Medtech Live 2022 in Stuttgart. Sie finden uns dort als Mitaussteller auf dem Gemeinschaftsstand der Medical Mountains GmbH. Durch diesen Gemeinschaftsstand genießen wir einen starken Auftritt auf einer starken Messe. Hier ein paar Vorteile für die Teilnahme auf dem Gemeinschaftsstand. Wir stellen unter eigenen Namen auf. Wir profitieren von der höheren Aufmerksamkeit durch die Standgröße. Wir können uns voll und ganz auf unsere Produkt- und Leistungspräsentation und unsere Kunden konzentrieren. Alles in allem enormes Potenzial, um auch hier unsere Lösungen für die Medizinindustrie umfassend präsentieren zu können. Präzision in Bearbeitung für unser aller Gesundheit und Zukunft bei Knie-Hüft-Implantaten, medizinischen Geräten, Sterilisationsbehältern, Scheren, Nadelhaltern und vielem mehr. Ich freue mich schon jetzt auf Sie, auf Ihren Besuch und das gemeinsame Netzwerk in der Zeit vom 3. bis 5. Mai 2022 in Stuttgart. Bleiben Sie gesund und kommen Sie bis dahin gut durch die Tage.